hello and welcome boys and girls and all people all over the world to my mine life or minecraft mine life in the woods so das mal eben kurz nebenbei so hallo und herzlich willkommen zu minecraft mine life in the woods und wie gehabt es hat sich wieder viel getan wir hatten es ja schon gesehen glaube ich in der letzten folge aber es hat sich auch sowas getan und wir wollten ja wir wollten uns noch mal wegen dem ofen unterhalten wir wollten die bürger automatisieren und ich habe jetzt gerade vergessen was das dritte war kommen wir mal eben schnell zum ofen weil ich ja gesagt ist der leicht baggie legt noch ein bisschen nach deswegen ich hatte ja gesagt dieser ofen ist ja original das kleinste was du bauen kannst kann man so und das ist ja der größte den man machen kann jetzt kommt ja er schon wieder also wenn du hier eisen rein schmeißt in diesem kleinen kriegst du zwei eisen raus schmeißt du ein der kabelston also buchstein hier rein kriegst du nur einen halben alter ich habe keine achse mit so schnell ich gehe jetzt noch hast du es jetzt sorry aber ich muss mal eben kurz so also schmeißt du einen buchstein hier rein küsse nun halben buchstein raus schmeißt du wie gehabt ein eisen hier rein kriegst du zwei eisen raus so grundprinzip bei diesem ofen alter ich mauerlich gleich ein würde ich aber auch mein so wenn ich hier ein eisen rein schmeißt kriege ich zwei eisen raus ist richtig schmeiße ich hier aber einen bruchstein rein kriege ich vier bruchsteine raus ein eisen rein zwei eisen raus ein eisen rein zwei eisen raus ein eisen rein zwei eisen raus jetzt kommt es aber mit dem eisen schmeiße ich ein 64er steak rein bekomme bekomme ich aber nur 54 wie geht das ich habe keine ahnung das ist auf jeden fall buggy es kommen nur 54 an und der rest verschwindet einfach der ist dann einfach weg aus was für ein grund immer ich kann also immer nur 54 rein schmeißen die sind dann drinne aus welchem grund auch immer und schmeiße ich 64 rein verschwindet der rest einfach spurlos und ist dann einfach weg oh das ding ist schon leer hola gut ne also das sind wir eben zum ofen so also ne wie gehabt wie gesagt leicht woops buggy so ähm ja pfff so mhm 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 ja ähm ich muss jetzt mal eben wir wollten wer verbauen aber ich muss jetzt mal eben schnell gucken wie wann das was brauche ich denn nochmal werfer 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 ich weiß dass ich einen bogen brauche und was noch mhm 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 Ich glaube, ich brauche mal Ich hoffe, dass das reicht Ähm, wir brauchen Bruchstein Bruchstein, Bruchstein, Bruchstein Was ist das, die Bruchstein, Bruchstein? Was? Achso, ich wollte gerade sagen, wie jetzt? Das sind schon wieder alle Boah, Alter, ich habe auch schon wieder so viel Bruchstein verbraucht Das ist Wahnsinn, wie viel Holz habe ich hier nichts noch? Äh, einmal 64 So viel brauche ich ja gar nicht So, dann bauen wir uns jetzt erstmal die Bögen Das war so und so Ja, so viele Bögen brauchen wir zum Glück nicht Und Das sind genau 5, ne? Schön, passt das So, zack So, dann den Bruchstein So, tack, 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 tack Das Und das Und das Und das Das ist der erste Das ist der zweite Was ergibt das eigentlich? Ach, ein Spender ergibt das ohne den Also die brauchen wir auf jeden Fall So, das war das So Ich glaube den Bruchstein können wir erstmal wegpacken, oder? So, ähm Dann brauchen wir die Werkbank Jetzt muss ich mal gucken Wie waren das nochmal? Äh, welche waren das nochmal? Oh, shit Da, die Nee, Quatsch Das ist eine Grau... Hä? Was ist denn das? Nee Die ist das nicht Hä? Hä? Verfix Wie hießen die noch? Hm Hm Automatische Werkbank war das, glaube ich, ne? Ich glaube das war die automatische Werkbank Ja, genau Automatische Werkbank Wir brauchen Geht auch nochmal Stein Ja gut, Riolit haben wir noch und Bergbank gebrauchen war Ähm Wie viel brauchen wir denn davon? Jetzt brauchen wir erstmal wieder Holz Geht auch mal Geht auch gleich bis zum Werbe Geht auch hier Geht auch da Moin Moin Die ist Geht auch Ich Ich Die ist Verfix Verfix Musik Ja gut